Zugeschaltet ist uns jetzt der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch. Herr Bartsch, schönen guten Tag. Schauen wir doch mal auf das Koalitionspapier. Eigentlich machen ja alle das, was sie schon immer machen. Die FDP schaut auf die Finanzen, die Grünen auf die Umwelt und die SPD auf Arbeit und Soziales. Wo sehen Sie den Aufbruch? Der Aufbruch ist vielfach verbal. Der ist aufgeschrieben worden. Und ob es einen Aufbruch geben wird, das wird die Praxis zeigen. Ich bin bei einigen Dingen sehr enttäuscht, was den Koalitionsvertrag betrifft. Bei anderen Dingen sage ich, dass es gut, dass so entschieden wird. Zum Beispiel das Thema Mindestlohn. Zum Beispiel, dass sich die Koalitionäre geeinigt haben, dass es jetzt wirklich im ersten Jahr nach der Bildung der Koalition eine Wahlrechtsreform geben soll, die den Bundestag begrenzen soll in ihrer Anzahl. Ich freue mich sehr, dass es eine Kindergrundsicherung geben soll. Aber es gibt riesige Defizite. Die können auch nicht durch die wunderbare Lyrik des Koalitionsvertrages überdeckt werden. Jetzt müssen ja drei Parteien zusammenarbeiten. Sie selbst sagen, das ist eine Zukunftskoalition. Am Ende wird es aber wohl viele Kompromisse geben müssen. Wie wird sich diese Form der Kompromisspolitik denn auf die Bürger auswirken? Ja, dass es Kompromisse geben muss, ist ja unstrittig. Das ist nur bei Alleinregierungen nicht der Fall. Das ist auch gar nicht das Problem. Es ist nur die Frage, in welche Richtung sich etwas durchsetzt. Und dieser Koalitionsvertrag, der trägt eben sehr, sehr stark eine gelbe Handschrift. Sprich, die FDP hat sich vielfach durchgesetzt. Deswegen ist auch unsere Aufgabe, das soziale Gewissen im Deutschen Bundestag zu sein, klar beschrieben. Ich sehe mit Erstaunen, dass einige Dinge, die alle drei Parteien gesagt haben, zum Beispiel, dass kleine und mittlere Einkommen in der Einkommenssteuer entlastet werden sollen, dass das nicht stattfindet. Und deswegen sind eine Vielzahl von Ankündigungen da, wo ich hoffe, sie werden umgesetzt. Und ich will die Koalitionäre am Ende des Tages wirklich nur an ihren Taten messen. Denn schauen Sie, der letzte Koalitionsvertrag, wo ja auch drei Parteien, CDU, CSU und SPD dabei waren, der war lyrisch auch sehr stark. Nur in der Umsetzung hat es vielfach sehr gehapert. Ganze Abschnitte sind nicht umgesetzt worden, die vorher versprochen worden sind. Jetzt gibt es auch eine Parallele zur ersten Regierung unter Willy Brandt. Damals hieß es ja mehr Demokratie wagen. Heute heißt es mehr Fortschritt wagen. Aus Ihrer Sicht ist das anmaßend? Naja, also den Titel, den finde ich gut. Da haben sich einige Spindoktoren etwas dabei gedacht und an Willy Brandt angeschlossen. Aber man soll die Fußstapfen, in die man denn treten will, nicht zu groß machen. Ob denn das Realität wird, das werden wir sehen. Versprechungen sind eine ganze Menge da. Es gibt große, große weiße Flecken. Ich will vor allen Dingen an das Thema Verkehrswende nochmal erinnern, wo viel zu wenig letztlich festgeschrieben ist. Bei Steuern, das ist eine DIN-A4-Seite sehr dünn. Also Fortschritt wagen hört sich gut an. Wer will schon Rückschritt wagen? Aber das ist eine Überschrift und Überschriften reichen nicht in diesen komplizierten Zeiten. Wir haben Corona, wir haben den Klimawandel, wir haben schreiende soziale Ungerechtigkeit auch in unserem Land. Und da muss angepackt werden. Da bin ich gespannt, was die Ampel dann konkret zustande bringt. Sagt der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.